Wir, die Stabakon Blankenburg GmbH mit Sitz im Blankenburg-Harz, sind Ihr kompetenter Partner bei der Fertigung von komplexen Metall- und Schweißbaugruppen für den Maschinen- und Anlagenbau. Unsere umfangreich qualifizierten Mitarbeiter sind ein Garant für ein stetiges Wachstum und finden Ausdruck in der Kundenzufriedenheit über viele Jahre. Suchen Sie zum Beispiel eine neue Herausforderung, dann besuchen Sie uns. Angesagt sind Konstruktionsmechaniker und Maschinen- und Anlagenführer. Teamarbeit und ein familiäres Arbeitsklima sind für mich eine Grundvoraussetzung für Mitarbeiterzufriedenheit und hohe Arbeitsleistung. Das war die Tiche der Tiche der Tiche des Mitternacht